Ich will jetzt dann auch langsamer ins Bett gehen. Soll ich den Taxi rufen? Ja, bitte. Wobei, ich wollte gerade sagen, Kel kann ich ja mitnehmen. Ja. Wir wollten das wirklich nicht mehr machen mit dem Taxi. Ich, wann machen wir das auch? Warte. Wie war das? Vier mal der Fünfer? Hm, da ist bestimmt keiner da. Doch. Echt? Da und da, Cap und Go, Harris. Ein wunderschönen Stahl hier. Ich bräuchte ein Taxi in Mirror Park. Jo. Und zwar an der... 6033. 6033. Wo die 3 ist. Das ist das mittlere Haus. Sag mir bitte, dass du weh. Ich muss ein paar andere Posten jetzt anlassen. Ja, kriegen wir hin. Alles klar, danke. Ich wohnen direkt hier nebenan. Kommt hier mal. Tschüss. Oh Gott. Das kommt, wir müssen vor die Tür. Der kommt. Kommt schon. Na sicher. Hey, der wird sich jetzt anlegen. Habe ich noch ein bisschen Bargeld einstecken? Ich habe 40 dabei. Was, 40? Ja. Ey, kannst du nicht bloß mit 40 Dollar abspeisen jetzt hier. Äh. Wir machen einen Gelatsch. Hä? Wenn ich jetzt mehr dabei habe, was soll ich denn machen? Ja, ich habe noch 300. Wir stellen uns extra hier rüber. Ja, dass er weiterfahren kann. Willst du eine Runde um den Block fahren oder fährst du nur so ein Stück vor? Ne, wir fahren einfach nur... Ja, wir fahren einfach um den Block. Du sagst, du weißt nicht ganz genau mehr, wo. Hast schon ein bisschen was getrunken. Dann schickst du den hier eh mal ums Karree. Und dann hältst du hier vorne wieder einen. Wir bleiben extra hier stehen. Ja, genau. Genau. Ja, ich muss heim. Ich muss heim. Cracker, was los? Ich will heim. Junge, Junge, Junge. Gestern hast du mir außerhalten. Ja. Also wie gesagt, ich wohne da hinten. Genau hier der Nachbareingang. Da, wo das Motorrad steht. Ja, gut. Einfach, einfach ja gut. Hast du denn gesagt, kommen die hier dann? Ja, gesagt, ich komme. Der ist anscheinend allein im Dienst. Du kannst jetzt aussuchen, ob du da vorne dann links rumfährst, die kurze Runde oder rechts rum, die große Runde. Ne, wir fahren da links und links und wieder links und kommen wieder hier rein. Perfekt. Wir laufen dann das. Wir laufen runter. Ja, eine Einfahrt weiter. Ja. Wo soll ich dich noch begleiten? Er macht auf jeden Fall auch einen hilflosen Eindruck, also schon schwierig. Ja. Unheimlich. Wo ist er denn? Da friert es mich ja. Ja. 14 überhaupt. 12 Grad. 12, ey. Ja. Muckelig, würde ich sagen. So, okay. Ja, aber 12 Grad ist ja schon übel. Der kommt gar nicht noch voll an den Neig warzen. Das ist richtig. Da sehe ich mich. Ne, der kommt da. Weißt du? Ja. Ja gut, ich kann ja. Ja. Hi, wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Jochen, mach's gut. Ja. Also, dann bis die Tage dann. Wir sehen uns. Ja, bis morgen. Ja, ja. Oh, einfach. Ja, bis morgen. Okay, komm mit. Kleine Runde. Links, links und links. Ja, ja. Das darfst du gar nicht erzählen. Ich glaube, bei der Taxi-Fahrerin ist das dann auch mal gelaufen. Die macht dann bestimmt direkt feiern. Ist er da schon? Ja. Ja, klar. Ja, klar. Das geht aufs Haus. Nee, nee. Nur gefällt mir. Nee, das ist echt gut. Wir wollen natürlich nicht gehen. Machen Sie mal das Fenster runter. Nee, pass auf. Das können wir so nicht lassen. Das war... Ach, Sie sind heute eingereist, ne? Nee, nee, lass mal stecken. Das geht wirklich auch. Krakow, steig mal aus, bitte. Rutsch mal. Rutsch mal. Ja, Hauptsache, Ihnen geht's gut, ne? Mir geht's wunderbar. Also, so schön bin ich noch nie im Blut gefahren worden, muss ich sagen. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Sie noch gefragt, ob Sie Musik hören wollen. Naja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Bitteschön. Oh, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Dankeschön. Nein, wir haben Sie hoffentlich jetzt nirgendwo abgezogen. Nee, nee, alles gut. Das ist gerade etwas ruhig, das geht. Ja, Hauptsache, Tag war geil und Sie konnten schön ein bisschen feiern, ne? Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Und das war jetzt der krönende Abschluss. Vielen Dank dafür. Aber als Entschuldigung, ich wohne wirklich hier. Ja, nee, alles gut. Wir wohnen wirklich nebeneinander. Alles gut. Ja, das ist ja gut, dass Sie auch gleich was gefunden haben, weil es ist auch nicht so einfach momentan. Das ist, ja gut, wir wohnen jetzt schon ne Weile hier. Achso. Oh ja, dann. Ja, ja, ja. Daher geht's ja. Ja, gut, dann frohes Schaffen noch, wir wollen Sie nicht weiter aufhalten. Nee, alles gut. Danke, danke und pass auf euch auf. Schlaf gut, ne? Das ist ja wahrscheinlich nicht. Gute Nacht. Ja, aber scheiß Cracker, jetzt stehe ich bei dir. Jetzt muss ich mir ein Taxi rufen, dass ich wieder nach Hause komme. Was, du? Was, ein Taxi? Soll ich noch warten? Nee, ich hab's nicht so weit gekommen. Achso, ja, vergessen. Danke. Wie vergessen? Hat die nicht gesagt? Jetzt hat sie es. Was hat sie vergessen? Alter. Ich sage, Cracker, scheiße, jetzt brauche ich ein Taxi, dass ich nach Hause komme. Und da sagt sie, na soll ich kurz warten? Soll ich dich mitnehmen? Nee, alles gut, ich wohne noch da drüben. Achso, hab ich vergessen. Ich sage, 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 ich sage Vielen Dank.